Langsam aber sicher ziehen Roboter immer stärker in unseren Alltag ein. Die helfen beim Kellnern, beim Operieren oder dienen gar als Partnerersatz. Ja, Roboter werden immer schlauer und sollen uns das Leben erleichtern. Bei hessenschau das Thema schauen wir, wo man Roboter mittlerweile alles einsetzen kann, was das für unsere Arbeitswelt bedeutet und auch für unser Miteinander. Daher die Frage, sind Roboter auf Dauer die besseren Menschen? Roboter als Partnerersatz, liebevoller Umgang mit Menschen, Zärtlichkeiten, ja gar Sex, soll irgendwann mal möglich sein. Ich könnte mir gut vorstellen, in 40 Jahren schaffen wir Roboter, mit denen wir zumindest in halb betrunkenem Zustand einen sehr geglückten One-Night-Stand haben. Und die Frage ist aber, was passiert, wenn wir aufwachen? Das kann man teilweise schon jetzt ausprobieren. Denn Roboter als Liebesdienstleister gibt es schon. Da gibt es Berichte aus Bordellen, dass dort bestimmte mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Liebesroboter verwendet worden sind. Ein Geschäftsfeld, das beispielsweise dieser kalifornische Sexpuppenhersteller für sich entdeckt hat. Harmony heißt die Dame und kostet mehrere Tausend Euro. Damit kauft man sich aber nicht nur einen Körper. Viele Leute, die 5.000 bis 15.000 Dollar ausgeben für einen solchen Sexroboter, die wollen tatsächlich ihre Einsamkeit bekämpfen. Die wollen mit ihm sprechen oder mit ihr sprechen. Und sie wollen ein Gegenüber haben, weil sie einsam sind. Zwar kann man mit ihnen Liebe machen, wenn man das will. Aber echte Hingabe, echte Emotionen sucht man vergeblich. Sie haben keine Gefühle. Es ist nur eine Simulation. Es sind nur Maschinen. Dank künstlicher Intelligenz aber Maschinen, die lernfähig sind. Wenn man sie mit den richtigen Inhalten füttert, werden sie immer empathischer, sagen Experten. Und das Beste ist, wenn alles zusammenkommt. Wenn der Roboter einen anschaut. Wenn er Töne von sich gibt. Und wenn er sich bewegt. Wenn das zusammenkommt, dann drücken wir sozusagen den Roboter aus der Kategorie der Dinge hinaus in die Kategorie der Lebewesen. Los ging es vor 30 Jahren. Erst als Tamagotchi in den 90ern das gefüttert werden wollte. Dann kam dieser Prototyp auf den Markt. Danach die schon ausgereifteren sozialen Roboter. Bis hin zum streichelfähigen Haustier. Ehe dann 2016 die High-End-Version der Roboterpuppe auf den Markt kam. Insgesamt schätzen Experten mittlerweile, dass es weltweit knapp 1,7 Millionen Roboter mit sozialen Eigenschaften gibt. Und die Forschung geht immer weiter. Mittlerweile versucht man gar künstliche Gehirne auf biologischer Basis zu züchten. Angst, ersetzt zu werden, brauchen wir echten Menschen davor aber noch nicht zu haben. Denn wahre Liebe von Robotern wird absehbar nicht möglich sein. Der Roboter ist gemacht, um mir zu gefallen. Ist genauso programmiert. Vielleicht mit ein paar aufregenden Features. Vielleicht ist der immer eifersüchtig oder macht auch Sachen, die ich nicht toll finde. Das macht das spannender. Aber es bleibt letztlich am Wunsch des Kunden orientiert. Und es ist kein wirkliches Gegenüber da. Also keine Subjektivität, kein Bewusstsein. Und ich würde sagen, solange das so ist, ist keine echte Roboterliebe möglich. Würdet ihr Sex mit einem Roboter haben wollen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn wir zum Lieben also noch echte Menschen brauchen, brauchen wir sie beispielsweise in der Gastro kaum. Sogenannte Kellner-Roboter sind schon auf dem Markt, wie hier in einem Frankfurter Restaurant. Sie übernehmen kleinere Arbeiten und faszinieren dabei. Ich persönlich nenne ihn meistens Mitarbeiter des Monats. Ich bin bereit, Essen zu liefern. 14-Stunden-Schichten sind für ihn kein Problem. Außerdem zeigt er sich auch anderweitig als fast schon perfekter Mitarbeiter, der dem Kellner optimal helfen kann. Der Roboter macht das super, weil er eigentlich schon sehr, sehr freundlich ist erstens. Und er beschwert sich nie, geht direkt zur Theke hin. Er unterstützt uns also. Ja, und nicht nur das. Dank spezieller Programme kann er beispielsweise auch auf Feiern überraschen. Aber nicht nur im Servicebereich kann er eingesetzt werden. Die Zukunft sieht ihn wohl auch in der Küche, wo er den Spitzenkoch zwar wohl nicht vollständig ersetzen kann, dem einen oder anderen Kochmuffel aber kräftig unter die Arme greifen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das sogar relativ bald zu Hause haben, dass wir da viel besseres Essen von einem Roboter bekommen, als der typische, wie soll man sagen, ungelernte Hausmann es hinkriegen könnte. Die Variante Kellner kostet knapp 20.000 Euro und soll sich nach fast sechs Monaten bereits wieder eingespielt haben. Seine Features, Essen ausliefern, Bestellungen aufnehmen und Kneipensmalltalk. Ich weiß, dass ich sexy bin, aber ich muss jetzt arbeiten. Und wo sie zum Arbeiten eingesetzt werden können, dafür gibt es kaum Grenzen. Sie können operieren, im Kuhstall das Futter bringen, selbstständig melken oder in der Pflege unterstützen. Dabei betonen fast alle Entwickler, dass die Roboter den Menschen nicht ersetzen sollen, sondern ihm bestmöglich helfen. Na dann, hoffen wir mal, dass sich auch die schlauesten Roboter irgendwann daran erinnern. Für mehr Infos aus Hessen, abonniert uns gerne. 5. Mit ihr selbst. In der Zukunft. 5. Kuhstall. 2. 2. 2. 4.